Ja, hallo und willkommen zu einer kleinen Spezialepisode. Ich nehme das auch gerade mit meinem Handy auf, weil ich das, wie gesagt, spontan aufnehme. Dieses Päckchen ist nämlich heute bei mir angekommen und es ist eine Retour. Ich hoffe, man sieht das. Da steht Retour. Und es konnte nicht zugestellt werden und das liegt natürlich an Matthias. Das liegt an Matthias. Und was jetzt in diesem Paket drin ist, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, es wird wahrscheinlich ein sehr kurzer Vlog werden. Erstmal mein Schluck-Käpfchen gleich trinke, jo. So, also, es ist ein kurzes Video. Wir werden uns jetzt mal eben unsere Paket-Auspack-Handschuhe anziehen. Ich habe nämlich hier noch einen Brieföffner. Und sieht man mich da? Sieht man mich da? Sieht man mich da gespiegelt? So, wir werfen jetzt mal da hin, packen es aus und dann werden wir sehen, was drin ist. Okay, genug rumgearbeitet. Moment. Ich mache es mal eben auf. Okay, da ist also jetzt das Innere vom Paket. Moment, ich muss mal eben den Kaffee wegstellen. Also, wo ist denn der? Da ist der Öffner. So, also, wir gucken mal eben nach. Jo. 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 Na, was haben wir denn da drin? Na, was ist denn da drin? Ist das etwa der Päcker? Ja, das ist der Päcker. Die Päcker, Entschuldigung. Da ist sogar noch meine Signatur, damit ich auch definitiv weiß, dass das mein Päcker ist. Jo, geil, Matthias, dass du es nicht hinbekommen hast. Aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, euch zu sagen, dass wir morgen die WM nochmal aufnehmen. Also, da geht es ja nochmal um diese feine Trophäe. Ich wollte jetzt diesen Vlog auch nicht noch sonderlich in die Länge ziehen. Ich muss jetzt erst mal wieder alles aufräumen, was ich jetzt gerade hingeschmissen habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder oder morgen wieder. Macht's gut. Tschüss. Dann könnt ihr euch jetzt aufhören. Vielen Dank.